hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von casted beast wir machen jetzt den vierten bahnhof bei diesen bahnhofen kriege ich gänsehaut ich habe das gefühl als sollten hier gar nicht sein wenn sagst du das so richtig als ob welche farbe muss es denn i don't know ich habe angst keine ahnung geht das überhaupt warte noch mal rein und raus um ich meine es wäre schön wenn sie wenigstens sagen wie ist dieses wasser von der oberfläche oder von den unteren ja ich weiß es nicht da oben ist was krass ist das denn erstmal schön war das ding abgesoffen nur eine truhe sagt die wahrheit kann ich jetzt da habe ich aber den schlüssel nicht für ich finde es komisch dass man hier das immer so handitschen kann als wäre da irgendwas aber es ging mir darum dass ich vielleicht hier irgendwo in den schlüssel finden die ha 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 easy ok unten blau und oben und die zwei unten ok so ist das oben in der ecken blau und in der mitte rosa naja das kriegen wir noch irgendwie hin jetzt möchte ich dann nur noch blau kriegen nein ich wollte nicht also das hier unten muss blau das muss rosa das muss rosa aber das muss blau der nimmt den auch noch eine zweite ja nur ich dachte damit öffnet sich das ding gut machen wir noch mal vielleicht habe ich auch noch was übersehen ja mir fehlt der schlüssel mir fehlt hier der schlüssel damit das dann hier so fließen kann aber wo finde ich denn den schlüssel ist das problem willkommen ich habe mir erlaubt bahnsteig a für eure reise zu öffnen also was kann ich für dich tun nichts gut geht der schlüssel nur eine truhe sagt die wahrheit aber wir haben keine truhe und hier ist ja auch keine truhe hier drinnen eine truhe nicht nur eine truhe sagt die wahrheit warte 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 Es ist eigentlich voll dämlich, weil das ist keine Truhe. Das ist eine Kiste. Meinen die vielleicht ein Truhenmonster? Nee. Und da hat sich auch das Rätsel wieder gelöst. Ich verstehe auch nicht, was das mit zu tun hat hier. Der Brennofen sieht schon nice aus. Aber ich kann halt auch die Kamera nicht bewegen. Ich raff das Rätsel nicht. Ach, ja, die Verkehrsgraben sehen schon ein bisschen seltsam aus. Da hast du recht. Oh nein, ein der Truhen... ...ist dann wahrscheinlich der, 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 äh, der Schlüssel dritten. Ach, Mist. Ey, manchmal funktioniert das hier nicht mit hochkommen, ne? Komme ich denn da jetzt wohl? Geh doch mal weg. Ich hab da jetzt was freigeschaltet. Man weiß es nicht. Und ein der Truhen. Ich hätte, es gibt hier Monster, die, die es hier sonst nirgendwo gibt. Ja doch. Die Frage ist, wo ist jetzt der Dritte? Da oben kann es doch gar nicht sein. Nein! Was war das denn? Ach, weil ich volle Kanotte da reingerannt bin. Haben die von meinem komischen Ding da was abgekriegt. Wo ist denn der? Und hier fehlt ja noch einer. Felix, du bist keine Hilfe. Geh weg. Ich renne auch überall rein. Ich suche halt... ...wenn man das nachvollziehen kann. Als ob! Das war ja was anderes. Bin ich jetzt schon wieder viel zu weit. Ich weiß, das Ding muss leuchten. Ich weiß nur nicht, wo... ...wo das... Ne, da ist ja schon das Richtige drauf, ne? Das ist schon das richtige Lämpchen. Aber ich finde hier zum Beispiel keinen... ...keinen Stecker. Wird gesagt, dass denn hier einer wäre. Aber hier ist keiner. Und hier habe ich ja auch schon gelootet. Und es macht halt keinen Sinn, dass das kilometerweit weg ist, wenn der... ...der muss ja hier irgendwo sein, in der Nähe. Als ob! Das ist es. Und das ist da... Bitte lass da jetzt den Schlüssel drin sein. Nein. Ah jo, okay. Dann komme ich da schon mal nicht hin. Jetzt habe ich den aber ja gemacht. Kommen wir da vielleicht irgendwie zur Ruine? Okay, das war jetzt mal eine Pleite. Was ein bisschen schade ist, aber okay. 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 Da kommt da diese komische Motto. Ich weiß nicht, ob ich ein Mensch oder... vielleicht muss ich den abends holen. Nee, das bringt mir nix. Wo ist denn... Uhuhuhu. Kirschau. Wo ist denn die Ruine? Hier. Da oben. Ja, super. Ja, super. Wir sind alle blau. Echt jetzt? Ach, komm schon, Pippi. Du warst so gut dabei. Hat's jetzt irgendwas gebracht? Alle sind blau. Nee, haben's nicht. Aber da geht's weiter. Hier ganz, ganz, ganz vorsichtig. Über dem Ding. Ey, man wird regelrecht belagert, ne? Ich glaube nicht, dass der... dass wir den Schalter aktivieren. Halt ich nicht. Ah, da ist ein fusioniertes. Oh, oh, oh. Guck mal, da ist doch was, damit man arbeiten kann. Das ist ein seltsame Modus. Hier sind überall Kisten, das ist so krass. Aber eigentlich wollte ich, dass... Äh... Da drauf? Dann dachte ich, krieg ich ja vielleicht... Nee. Okay. Ah, damit ich da vielleicht besser hochkomme. Wir gehen mal kurz hier hin. Überschwemmung! Ich weiß nicht, was das gebracht hat, aber irgendwas hat's bestimmt gebracht. Lass mal weglaufen hier. Und ein Zelt! Sehr gut. Oh, das war wohl ein Hinterhalt. Dieses Land zeigt sich nicht von seiner freundlichen Seite, Fremde. Komm, bekämpfen wir die Bestien in gleicher Anzahl. Okay. Gift. Und denn auch 40. Ich hätte ganz gern was, was so, äh... Herrenkampf kann. Also, was das? Was? Klaps. Wie kriegt er einen richtig drauf hier? Aber das sind schon krasse... Oha. Energie schuss. Das ist ein bestimmter Ranger oder so. Lass mich doch in Ruhe! Oh, Felix. Gegenstände. Müssten wir auch mal wieder kaufen. Triff! Das, was die da hat, ist die Weiterentwicklung von Elphos. Dünkschleim. Okay. Ihr würdet gut daran tun, zu gehen, bevor diese Unheule zurückkehren. Ihr habt sicherlich keinen Grund, an einem Ort wie diesen zu verweilen. Das war ein ziemlich dramatischer Kampf. Kannst du uns wenigstens deinen Namen sagen? Ich bin keine Kämpferin, aber diese Insel hat mir eine derartige Rolle zugewiesen. Ich möchte dich nicht mit meinen Birnen belasten. Mein Bruder und ich wurden ins Meer geworfen. Da ich nicht ertrunken bin, hat er diese Insel unter Umständen ebenfalls erreicht. Ich suche ihn schon seit Wochen, einigen Wochen. Eine gütige Seele hat mir dieses einzige, diesen eigenartigen Apparat geschenkt, mit dem ich mich beschützen kann. Mh. Falls du etwas von meinem Bruder Sebastian hörst, mein Lager befindet sich gleich östlich von hier. Gehab dich wohl. Okay. Nein! Oh, jetzt bin ich hier in den Zumpfersack. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Nein, geh weg, geh weg. Okay, fliehen ist nicht. Scherpen. Lass mich in Ruhe. Ich bin vergiftet, Alter. Wirkt ja sehr gut. Ich bin von dem Pflanzen-Typ noch nicht so begeistert. Aufnehmen. Ich hab doch bestimmt irgendwas für Gift. Ja. Ja. Ich mein, der sieht wenigstens cool aus. Nein. Okay, das hat funktioniert. Den haben wir! Schleimblätter entstehen, wenn glücklose Bauernskelette im Sumpfwasser fallen und nicht mehr herauskommen. Mit der Zeit lösen sich ihre Körper auch im Wern zu Wesen, die hauptsächlich aus giftigen Schleimen bestehen, die angeblich an hervorragende Dünne abgibt. Sehr gut. Wechseln. Oh, Gift ist schon hart. Lass mich in Ruhe. Lass mich da auch mal. Das kann doch nicht wahr sein. Die Lösung Ich komme ja gar nicht dran. Komm, einer von euch beiden muss. Multiclubs, I love it. Okay. Oh, das war aber ein knapper Sieg. Der war aber hart erkämpft. Wo ist hier ein blöder Zeltplatz? Da. Ja, bitte. Das war jetzt nicht die krasseste Art und Weise zu zelten, aber okay. Die Sache, die ich nach unserer Verabschiedung von Koneko gesagt habe, darüber wie dieses Abenteuer ein Feuer mir einfach, erinnerst du dich noch? Ich war in einer Art kreativen Loch, bevor ich hier, naja, runtergefallen bin. Ich hatte lange Zeit, lange für eine Firma zu ihr Druckgeschichten produziert. Grafik, Story, das ganze Paket. Ich war zwar nicht der Verantwortliche, aber naja, die Sache war mein Baby. Das wäre ohne das Herzblut, das ich hineingegeben habe, niemals möglich gewesen. Ich habe lange darauf gewartet, dass meine Vorgesetze meinen Beitrag anerkennen, aber das taten sie nicht. Stattdessen schoben sie mich in der Firma hin und her und entfernten mich von den Geschichten und Figuren, an denen ich so lange gearbeitet hatte. Außerdem haben sie mir das nicht bezahlt, was ich verdient gehabt hätte. Also habe ich schließlich gekündigt versucht, meinen eigenen Weg zu gehen. Hey, danke, das weiß ich zu schätzen. Diese ganze Verbitterung über meine frühere Arbeit hat es mir schwer gemacht, die richtige Einstellung zu finden, um wieder Kunst machen zu können. Deswegen habe ich das Gefühl, aus einem bestimmten Grund hier auf neu viral zu sein. Danke, dass du mir zugehörst, Hassmeika. Ich glaube, ich finde es einfacher, mit dir darüber zu reden, nachdem wir zu einem Supermonster fusioniert sind. Naja, ich kann erst zurück, wenn wir dein Tor finden, das uns hier wegführt. Sollen wir weitermachen? Oh, 10% mehr Stärke, krass. Oh, sie wurden repariert, Gott sei Dank. Okay, das ist überhaupt nicht seltsam hier. Das ist ein Häusle. Aber das wollte ich jetzt nicht. Und zwar wollte ich jetzt mal gucken. Achso. Komm ich da jetzt zu dieser Motte nicht mehr hin? Ähm, Quest. Ich habe... Wegweiser. Wo ist denn die komische Winzige in der Motte? Da. Da muss ich hin. Betat sich aber schwer damit, irgendwie da was zu finden. Da könnte ich zum Bahnhof... Ja, das könnte funktionieren. Solange es halt noch dunkel ist. Vielleicht kann man diese eine Quest mit den... Äh... Mit der Motte nur machen, wenn es dunkel ist. Ist jetzt so meine Vermutung. Aha, ausgewiesen. Klingt das irgendwie logisch? Weil wir hatten es ja Tag über das Lämpchen immer angemacht. Aber irgendwie so. Äh. Oder muss ich vielleicht so eine Dummi-Motte halt in meinem... Dings haben? Was habe ich denn jetzt für eine Quest offen? Okay, das war die falsche Quest. So lang. Hier. Ist nicht so ganz klar, was ich hier machen soll. Oh. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da zu den anderen Sachen hingekommen bin. Aber zum Glück haben wir ja hier Abkürzung, ne? Ah ja, gut. Die Frage ist nur... Wie komme ich... Sollte das funktionieren? Ne. Beziehungsweise, ich war nicht hoch genug, oder? Ich kann fünf Sekunden länger. Mensch, immer diese Monster. Ist das vielleicht kürzer? Als ob. Mensch, jetzt Kinder. Irgendwie muss man noch da hinkommen. Irgendwie muss man noch in die Kirsche kommen. Lass mich in Ruhe, du Blössi. Wo geht's jetzt hier? Was bist du für einer? Ach, das ist Captain Buffy. Da spüre ich die Waden. Ja, okay. Die ist anscheinend ein bisschen sportlicher drauf. Dann werde ich auf jeden Fall... Die machen wir im nächsten Part, die Captain Buffy. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye-bye. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.